Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch einen Modus vorstellen, den ich mir so, sag ich mal, überlegt habe, den ich mir für WWE 2K14 wünschen würde, gewünscht hätte, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es den geben wird, beziehungsweise den ich mir allgemein mal für ein Wrestling-Spiel wünschen würde, weil sowas gab es bisher noch nicht, zumindest kenne ich kein Wrestling-Spiel, in dem es einen solchen Modus gibt. Im Falle von WWE 2K14 würde der Name Become Immortal Modus passen, also Werder- und Sterblich-Modus. Und zwar würde man einen Wrestler spielen, den man sich selbst erstellt. Also man erstellt sich selbst einen Wrestler und spielt mit dem, wie zum Beispiel momentan noch in dem Let's Play WrestleMania, also in dem, ja, in WrestleMania 21, in dem alten Spiel, das ich da gerade let's playe. Nur eben, also da erstellt man eben einen Wrestler und spielt dann mit dem eine Story durch. So wie man bei SmackDown vs. Raw irgendwie eine Story mit Batista zum Beispiel gespielt hat früher. So meine ich das aber nicht. Also man erstellt sich einen Wrestler, spielt mit dem, kämpft auch mit dem logischerweise. Allerdings ein bisschen anders. Und zwar geht es nicht darum, irgendwie jedes Match zu gewinnen und dann WWE Champion zu werden. Also es geht rein theoretisch schon darum, irgendwann auch mal WWE Champion zu werden. Aber es geht nicht darum, ein Match zu gewinnen. Also es geht, ja, also es geht, naja, muss nochmal anfangen. Es geht nicht darum, ein Match zu gewinnen, primär, sondern die Zuschauer zu unterhalten. Also so, beziehungsweise die Zuschauer als Fan für sich selbst zu gewinnen. So wie es quasi in echt ist, also dass man quasi einen echten Wrestler nachspielt. Wie genau ich das meine, dazu komme ich jetzt gleich noch. Man würde dann bei NXT anfangen, also so kommt man eben ja momentan größtenteils in die WWE rein. Bei NXT anfangen und dort dann eben zusammen mit anderen Wrestlern Fäden aufbauen oder Tag Teams gründen. Was auch immer, Face Heal Turn einbauen, was weiß ich. Also wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie die Matches zu gewinnen, sondern die Zuschauer zu unterhalten. Wie zum Beispiel auch bei dem General Manager Mode, den es früher bei SmackDown vs. Raw gab. In dem man Matches gemacht hat und Promos für die Wrestler und so. Nur dass man jetzt eben nicht den General Manager spielt, sondern sich selbst. Man sammelt LP und kann dann Skillen, zum Beispiel Schnelligkeit, Durchhaltevermögen, keine Ahnung, irgendwie Hardcore, was weiß ich. Und was auch cool wäre, wenn man die Matches selbst schon vorher so ein bisschen planen könnte. Also wenn man, also nicht komplett, aber so wie es in echt auch ist, so ein paar Moves planen könnte. Zum Beispiel, du zeigst deinen Finisher oder du willst deinen, also wenn man jetzt gegen einen anderen Wrestler kämpft, muss man mit dem eben abmachen, was gezeigt wird im Match. Dass jeder seine Aktionen zeigen kann, dass man zum Beispiel sagt, du willst deinen Finisher zeigen und ich konter den spektakulär dafür, dass du dann aber mir volle Suppe mit der, keine Ahnung, mit der Stahltreppe auf die Fresse hauen. Also, dass man die Matches auch selbst plant und so ein paar Moves einfach einbaut und beziehungsweise die eingebaut werden, die man vorher abmacht zusammen mit dem Gegner, gegen den man kämpft. Das ist natürlich schwer zu programmieren, sowas. Also, dass man eben mit dem anderen Wrestler zusammen das abmacht. Aber es wäre cool und diese Aktionen, diese Moves könnte man dann im Match per Knopfdroh einfach freischalten, beziehungsweise, ja, losgehen lassen. Und wie zum Beispiel im Attitude-Error-Modus, wo dann irgendwann so ein Quick-Time-Event kam, das könnte man da auch so machen, dass man das startet, das Quick-Time-Event, und da muss man auch noch bestehen, dass der Move überhaupt klar geht, weil in echt, im echten Wrestling geht ja auch nicht immer alles klar. Also, das finde ich eben cool, dass man einfach mal einen Wrestler so spielt, wie der Wrestler sein Leben in echt auch erlebt. Ja gut, man fängt bei NXT an, man fängt gleich an, dann man versucht, Fäden zusammen mit anderen Wrestlern zu starten. Das wird natürlich alles von der WWE gemacht in echt, also die Fäden geschrieben und so weiter. Aber das würde man in dem Fall dann selbst machen. Oder Tag-Teams gründen, wie gesagt, eben die Matches auf Vordermann bringen, dass die cool sind und dass man irgendwie Zuschauer gewinnt, dass man irgendwie noch was am Mikro machen könnte. Und gut, und irgendwann würde man dann eben zu Raw oder SmackDown kommen, logischerweise. Und dann wäre es auch cool, wenn man irgendwie noch so ein paar Sachen nebenbei, dass man entweder sagen kann, ja, ich trainier jetzt, um mehr Skills zu erhalten, keine Ahnung, um eben schneller zu werden oder so, oder ich mache irgendwie eine Autogrammstunde oder mache YouTube-Videos, was weiß ich, um mehr Zuschauer zu erreichen. Und vielleicht dreht man sogar einen Film wie The Rock oder sowas, eben einfach, um Zuschauer zu gewinnen. Also das fände ich unglaublich cool. Einen Modus, in dem es einfach nur darum geht, Zuschauer zu gewinnen und das Leben eines echten Wrestlers zu leben. Das wäre irgendwie mal ein cooler Modus. Das wäre so genau mein Ding. Ich hoffe mal, ich bin immer schlecht in etwas erklären, was ich mir selbst ausgedacht habe. Also ich hoffe mal, man hat das einigermaßen verstanden. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen wiederholt. Das passiert mir immer wieder. Aber so einen Modus fände ich einfach mal cool. Es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass der kommen wird. Das ist mir schon klar. Aber ich fände sowas einfach mal super geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von einem solchen Modus halten würde. Würde mich wirklich mal interessieren. Und falls ihr selbst irgendwie eine Idee habt für einen Modus, könnt ihr auch ein Video machen. Und das als Video, obwohl, man kann keine Videoantworten mehr schicken, ne? Das ist scheiße. Naja, auf jeden Fall würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr denn so von meinem selbst erfundenen Modus hier so halten würde. So, das war es soweit auch schon von mir für heute mit WWE 2K14 Become Immortal Mode. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und Tschüss.